Ich will Minecraft fliehen, ich will Minecraft fliehen So was bringt das? Ey! Damit kannst du verzaubern, sag mal ich weiß mehr als du und ich bin ein Mädchen Abrakadabra! Mach keine Let's Plays! Ey ich geh kaum in Letters, was soll ich da? Also das ist echt peinlich grad, gell? Nein für mich nicht! Wieso? Ich mein ich geh nicht in Letters, deswegen weiß ich das auch nicht Ey, wie geht's nach Hause? Wir sind hier voll falsch Alter, ihr müsst nach Hause finden So Oh Leute, ihr seid so Oh Dann teleportiert ihr mich auch noch Oh Leute Wir wollen nicht alleine hier unten rumkammeln Ja So, da hinten Guck mal Guck mich nicht so an Ach, da geht's nach Hause glaube ich Wo? Ja, da bei dir Ja sag ich doch Ach was Guck mal, irgendeiner von euch hat doch diese kleine Mauer gebaut da oben Diese kleine Brücke Wo ist denn Katrin schon wieder? Was? Was hab ich schon wieder gemacht? Wo bist du denn? Ich bin hier Habt ihr alle genug zum Essen? Ja, ich hab noch Brot Ich hab gar nichts wegen dir Oh man Bisschen Brot für die Welt bitte Ja Da Er ist uns alleine Hey Kevin, warum gehst du denn schon wieder alleine woanders hin? Ja, ach ich suche hier ein Haus Ich suche uns da nach Hause gehen Weg Warte, warte Aber warum so schnell und so Aber warum so schnell und so Ja Alter, ich möchte heim Ja, Alter, ich möchte heim Ja, du seid hier Ich will heim Ich möchte so bedeffern Hier, hier, hier Ja, hier, hier Schau mal nach oben hinter dir Wo bist du hier? Hier waren wir, gell? Hier ist doch schon ein Eingang Ach, sicher Habt ihr den gebaut? Nein Ich glaub ich hab den nicht gebaut Aber wo ist denn jetzt die Katrin? Ja, du bist einfach weggerannt Achso Ey, ich geh mal den Eingang da runter, ja? Oh ne, da flieg ich runter, da geh ich doch nicht hin Hey, wo seid ihr denn alle? Weiß ich nicht, ich bin immer noch bei diesen Steinen da, wo wir gerade waren Also die Katrin ist jetzt weg, oder? Äh, äh, äh Ey, ich bin doch gar nicht weg Hm Also hier sieht schlecht aus Ey, der kam runter Warte mich Ja, wir hören dich Aber wo bist du mit deinem Skin? Fabi komm nochmal zurück Ne, lauf mal nochmal dorthin Ah, wir sind hier Hier, guck mal Ah, guck guck Ey Wo bist du Fabi? Hier, komm mal hoch Das ist der falsche Weg Ey, Fabi komm mal mit Das ist der falsche Weg Egal, ach komm mal trotzdem mit Komm mal da runter Alter, hier, da, da, da Ich weiß nicht, was es ist Ich weiß nicht, was es ist Und ne geh doch rein Das ist äh, Glowstone, das, was du wolltest die ganze Zeit Ich wollte ich eigentlich nur runterhauen Ach so Ey, hier ist echt Glowstone, geil Ich hab gerade eingesammelt, 26 Stück Boah, ich bin die besten Ja, dann lass uns mal woanders hingehen und gucken, wie wir nach Hause kommen Ja, man, das buddeln Ey, schon mal lang jetzt lang Ich glaub das keine Ahnung Oh Lol Ey, hilf, ich häng fest Lass ihn da unten Ist ein Jump Drum Hier, ein bisschen Brot für die Welt So Hier, ein bisschen Feuer für dich Nö Ich krieg da nicht Oh man Nö Tschüss Kevin Schönen Tag noch Tschüss Ich hoffe du verhungerst Ne, Spaß, komm hoch Nein Komm nicht hoch Wieso Wieso denn? Komm, komm, schau mal, ich hab keine Spitzhange und so Das bringt nicht, wenn wir genau so böse sind wie er Ja, ich würde es aber gern ansehen Dankeschön Ja, ich weiß aber Ja, ich bin die Beste Es reicht, wenn wir einen Assozialen dabei haben Ja Ey, ich schwör Was? Stimmt nicht Ja Ja, okay, jetzt also Also die letzten 10 Minuten waren richtig gut, muss ich sagen Puh Aber lass es, äh, bitte nach Hause Ne, wie gesagt, wir müssen suchen Geht schon irgendwie Ja, ist doch schlau, wieso schreibt sich auch niemand die Koordinaten auf? Sag mal, wie Das seid ihr denn für? Ja, es gibt doch, kann man, kann die, sagen, ja, man kann nicht doch Karte bauen, oder nicht? Ja, dann hast du eine Karte gebaut? Nö Ah, guck mal, hier Wo? Wo, wo, wo ist sie? Oh mein Gott, wo ist sie denn? Keine Ahnung Oh, ich bin fast gerade in so ein Lava-Loch gefallen Ach du Scheiße Hey, 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 was geht bei dir? Guck mal, das nenne ich asozial Ich habe dir gerade aus dem Loch geholfen Ich habe mich mit reingeschmissen Und du schmeißt mich runter, man Ich, ja So, jetzt siehst du mal, wer den längeren Rezeptor hat in der Hand Ich wünsche dir noch einen schönen Tag Du hast meinen goldenen Stick da kaputt gemacht Deinen goldenen Stick Du hast deinen goldenen Stick kaputt gemacht? So, jetzt such ich mal Urlaub! Ah du Scheiße, was geht mit ab, Mann? Jetzt darf ich wieder da zurücklaufen, ey Nein, nein, ich teleportiere dich, ich habe dir auch alles wieder zurück Nein, teleportier mich nicht. Okay, ich hab den Ausland gefunden. Komm, Kampfmiten. Ja, okay. Ey, ey. Ey, die stinkern. Oh, ich bin da zu rotem Gesicht bestimmt. Da muss ich jetzt erstmal mein ganzes Holz aufbauen. Ey, den hab ich. Wo ist denn, wo ist denn Luigi? Oh, das wollte ich nicht. Ähhhhh. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Brot für die Welt bitte. Brot für die Welt. Brauchst du immer noch Brot? Nee, ich hab noch, noch. Wo ist denn jetzt unser Kevin schon wieder? Brot sei jetzt bei mir. Warte mal kurz, ich hole ihn zu uns. Nein. Ey, ich sterbe, ich sterbe. Was hast du mit mir gemacht? Ich feier dich, Fabi, Fabi, ich feier dich so. Ey, hilf mir, ich verliebe. Wo ist denn der, der, der Kevin? Ich bin tot. Ey, was hast du mit mir gemacht? Du klaust bestimmt mal den Diamanten, so wie ich dich kenne. Äh, nein? Doch, doch, bestimmt. Ey, ich bin hier aus und wollte eigentlich Holz sammeln und dann kommst du und machst mich kaputt. Guck mal. Dann geh ich jetzt deine Tiere vergewaltigen. Wieso machst du denn alles so böse? Ja, voll badass, ne? Du hast mich getötet. Ja, aber du hast mich hinterherzig reingeschmissen. Doch. Ebesch, Ebesch, Ebesch. Ebesch, Ebesch, Ebesch. Den hab ich doch abgefeiert. Ich glaub, den hab ich auch von euch, oder? Na klar. Ähm, Kevin, weißt du was? Wir machen jetzt ein Duell, okay? Nein. Nein. Also wir bauen uns so eine kleine Arena zu dritt und dann werden wir uns da die Köpfe einschlagen. Nein. Wollen wir nicht irgendwas cooleres machen? Eine Höhle Akronen oder so? Ja, können wir auch machen. Wo ist denn der Kevin jetzt? Weiß ich nicht. Also der ist jetzt oben. Kannst du mal weggehen? Ja. Oh, jetzt baust du die ganze Treppe nach. Na und? Wo ist denn der Kevin? Oh nein, wir werden abgeschossen. Kevin! Hä? Wo bist du? Ach, ich tu grad dein Haus durchstöbern. Echt? Warte mal kurz. Ey, nein! Was hast du mit mir gemacht? Warte, ich geb dir deine Sachen zurück. Bleib doch kurz stehen. Ja, gib mir meine Sachen zurück, Alter. Und mein Brot auch. Dein Brot? Du hattest Brot? Ich will auch Brot. Ich will auch Brot in der Welt. Hier bekommst du nicht alles. Aber nicht alles rauskotzen, dann schmeckt es nicht mehr. Was brauchst du noch? Nix mehr, oder? Hier. Dein Magic Stick. Dein Magic Stick. Wie fehlt auch noch meine Beine liegen, ey. Was soll das noch haben? Eine Fackel? Okay, eine Fackel. Ja, meine Hosen. Du hast keine Hose. Ja, aber ich will nicht mit der Winde rumlaufen. Ich hab keine Hose für dich. Ah, doch, ich hab ne Jeans an. Das ist traurig. Ach, Mann. Ey, wo ist mein Schwert? Achso, mein Schwert hab ich hier an. Ich hab dir das schon... Ey, mir fehlen sogar mal irgendeine Stiefel. Ich hab nichts mehr. Du hattest auch nichts, Mann. Alter, was habt ihr mit mir gemacht? Ihr vergeweilt nicht meinen ganzen Account hier, oder was? Alter, was soll das? Oh. Mach mal das Jansi hier mal wieder. Oh. Das geht irgendwie nicht so, wie du dir das vorstellst. Kann das sein? Oh, Mann. Hör auf mich auszulachen. Ich guck euch zwei zu. Ihr amüsiert euch, oder? Kann das sein? Stell mir erst mal meine Musik hier um. Oh, Mann. Wieso gehen bei dir die Tische nicht so anders rum? Ich wollte dich hier was verewigen. Ach. Was verewigen? Ja, damit ich das hier in diesem Let's Play sehe. In jedem deiner fünf Let's Plays. Was machst denn du da? Ja, ich möchte so einen Tisch machen. Ach, du möchtest, ähm, was andersrum machen? Ja, genau. Also, so kann ich... Weiß ich nicht, wie es geht. Aber ich weiß nur, ähm, dass man das andersrum machen sollte. So, guck. Ja, ja, so geht das, klar. Deswegen, so muss es auch da anditschen. Wieso schlägt er mich? Anditschen. Wieso bringt er mich denn um? Warum? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Ja, Kacken. Alter, wie viel hittest du? Bitteschön, geh weg von mir. Alter, hau ab. Oh nein. 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 Ich glaub, der hat nen Arsch offen. Mit Big Baba versucht er sich hier anzulegen. Ich glaub, du hast nicht mehr alle, alle, alle Tassen im Schrank. Ey, wie viel Leben hast du noch? Ja, und weiter geht's, wenn's sein muss. Nein. Nein. So was macht man nicht. Gib mir meine Sachen zurück. Guck mal, mach mal hier einen Stein hin, genau. Und jetzt gib mir mal eine, 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 ähm, Treppe. Hast du ne Treppe? Hier hast nen Pfeil. Ja, ich doch. Ah, okay, okay. Ja, kein Stress, kein Stress. Alles ist gut. So meinst du, oder was? Ey, kann man Obsidian eigentlich wieder abbauen? Warte. Warte. Das geht nicht. Oh man, wieso machst du das kaputt? Ach so, Entschuldigung. Hey. Hey. Kann man Obsidian wieder abbauen? Hör doch mal auf damit. Du böser Bube. Guck mal, was der da macht. Jetzt hab ich meine Ruhe. Jetzt kann ich endlich mal die Sachen klauen. Ja, aber das ist uncool. Was hat er gemacht? Boah, du bist so blöd. Ich glaube, ich werde das, ähm, guck mal. Das ist ja der erste Test gewesen auf meinem Let's Play Server. Ob es funktioniert oder nicht, verstehst? Und wenn es leider nicht funktioniert, dann haben die anderen auch Pech, weißt? Und dann werden die dich verfluchen bis zum Letzten. Ach so, ja. Ähm, nochmal ein schönes Dankeschön an Samis LP. Besucht seinen Kanal und bildet eure eigene Meinung. Hey, du kannst es doch wieder abbauen hier. Schau mal her. Oder bist du... Ja, weißt du, wie lange er braucht? Zehn Stunden, Digga. Scheiße, er hat viel aufgemacht. Ja. Keine Sorge, ich habe nichts geklaut. Oh, was ist Probleme, ey? Ah, du kannst machen, was du willst. Echt? Ja, ich bin da nicht so, weißt? Das ist ja dann dein... Dein Charakter, den du zeigst. Nicht meinen. Ey, ich möchte dir was schenken, Katrin. Nö, ich mag das nicht. So, was denn? Spaß, was denn? Ja, bitteschön, das schenke ich dir. Oh, er hat mir deine Schuhe gekauft. Ja, bitteschön. Ne, Spaß. Ne, okay, danke. Kein Problem. No Problem. No Problem. Ähm, was machen wir denn? Was machst denn du eigentlich die ganze Zeit, Kevin? Ja, ich mach gar nicht, ich hab keine Rüstung. Ich hatte da auch Angst, was zu machen. Hier, deine, deine Goldrüstung. Und deinen komischen Magic-Stick. Aber jetzt hab ich der Katrin schon meine Schuhe geschenkt. Ey, cool mein Stick. Hier hast du Hose. Oh, cool mein Stick. Ey, deine Schuhe drin. So, was machen wir denn jetzt? Weiß nicht, bauen wir jetzt eine Arena, tun wir eine Arena bauen. Ja, sag ich auch, oder? Ja, ne? Dann lass uns kurz schlafen, weil draußen ist es dunkel. Ja, warte, nachdem ich mir Schuhe gemacht hab. Was ist denn das für ein komischer Tisch? Lass mich! Das ist irgendwie... Ey, ich bin hier immer alleine zu Hause. Du hast hier für, für, für neun Menschen einen Tisch gebaut. Ey, schau mal die Spinne, Alter. Schau mal vor der Stalker. Ey, schau mal die Stalker an. Schau mal her. Was ist denn das für ein Tisch? Entschuldigung. Äh, Entschuldigung. Ey, die Spinne, die stalkt uns. Ich bin hier vor der Stalker-Spinne, Digga-Papido. Ja, warte mal. Ich bin hier vor der Pado-Bär, ey. Vor der Pado-Spinne. Ich geh jetzt mal in meine Haie, ne? Oh, okay. Ja, warte, 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 warte. Ist das... Oh. Ist das nicht schön geworden? Ja, ja. Wunderschön. Ich hab noch nie so was Schönes gesehen, muss ich sagen. Aber ich kann mich nicht draus setzen. Ich kann nur stehen. Kannst du lobben? Nein, nein. Ich muss dich doch nicht. Oh. Aber ich weiß nicht, die Platte ist irgendwie voll dick. Lass mich mal kurz was ausprobieren. Was ist, wenn wir so machen würden? Als Tisch könnte man eigentlich auch so machen. So und dann so, ne? Das ist gar nicht hübsch. Das ist nicht hübsch? Ey, du tust den Tisch hier kaputt machen. Aber was ist das mit einer Platte? Die ist so dünn, weißt du? Das ist nicht hübsch. Aber das ist hübsch. Ja. Okay, dann lass den wir das so. Okay, warte mal. Ich mach mal ein bisschen Oldschool. Ach ne, auch ein bisschen. Ja, dann lass mich kurz schlafen gehen. Ich will schlafen jetzt. Komm mal hoch schlafen. Ist doch was. Guten Nacht um halb 8, Mann. Ihr macht mich fertig. Hallo. Ich kann gar nicht mehr nachtschreiben. Geh doch mal schlafen, Mann. Lass den, geh weg von mir. Ich geh auch schlafen, bin nacht. Ich bin wieder alle um mich herum. Ach, Kevin. Ich bin wieder wach. Ja, endlich. Ich bin tot für die Welt, bitte. So. Wuh. Jetzt lass uns schnell ne coole, äh, Arena bauen. Ich hab hier ganz... Aus Obsidian? Nein, hör auf mit deinem Obsidian. Ich, ich, ich hau dir das Obsidian über die Ohren, wenn du es weitermach. Nein! Nein! Was? Das sind scheiß Creeper vor der Tür. Wo? Nein, geh nicht rauf, bitte nicht. Wer steht da in der Ecke? Egal, Creeper. Willst du mein Freund sein? Komm mit Creeper. Kommt raus, Leute. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus, meine Freunde. Oh, nicht auf mich. Ey, ich hab'n Zombie noch gehört. Hier ist irgendwo ein Zombie. Oh, jetzt hab' ich grad voll gegen mein Mikro gehauen. Fabi, du hast auch ein bisschen Schiss von denen. Kann das sein? Oh, lol, ey. Na ja, klar. Kann das sein. Also, warte mal kurz. Wir machen jetzt hier so ein ganz provisorisches, ähm... Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Ja, hier. Hier, aber ich hab' keine Steine. Ja, ist nicht so schlimm. Das reicht. Soll ich hier nicht ne Farm hin von dir? Ach so, ja, das können wir ja wieder abbauen oder gar nicht wieder abbauen. Wir brauchen jetzt so... Oh, das ist traurig. Was? Nicht die Arena kaputt machen. Ja, ne, dann lassen wir die Arena da, ist kein Thema, aber... Oh, ne. Meine Farm hab' ich doch schon gebaut. Micky. Ey, das ist ein Loch. Kann man da runter? Ey, Digga, das Loch. Das ist voll Loch, Digga. Ey, alter Digga, ich hab hier ne Höhle gefunden, ey. Boah, alter Digga, das ist Höhle. Schwör, Lan. Ich schwör, schau mal, wo ich bin, ey. Schwör, Lan. Ja, Lan. Komm. Ey, das ist unser Nether-Portal. Ey, Katrin und Kevin, macht mal kurz Zaun und sowas für unsere Arena. Zaun und sowas? Zaun und Treppe. Sek. Warte, ich muss erst wieder hochkommen, ja? Wenn ich hier verlaufe. Ey, ich mach's noch. Ich kann nicht auch teleportieren, kein Thema. Nein, 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 ich bin schon da. Hey, nicht, dass das ja später alles anfackelt, ne? Was? Du bist jetzt Nether-Teil der... Wieso denn? Weiß ich nicht. Wieso sollte das denn, ähm, brennen? Ja, ey, da tue ich schnell ne Axt holen. Oder haben wir genug Holz, ne, ne? Ne, glaub nicht. Aber wir haben zu wenig von dem Nether-Zeugs. Ja, dann geh noch mal in den Nether und hol dir was. Nein. Hab ich keinen Bock drauf. Hui, Tür auf. Und da rein. Hey, auf mich zu hauen, Mann. Sorry. Ich hab dir nicht getan, Alter. Es ist gelahm, es ist gelahm, es ist gelahm. Was ist das denn so katt hier? Komm mal her, ey. Hey. Hey, geil. Neatherbrick haben wir übrigens auch. Was haben wir denn da und vieles? Haben wir Steine oder sowas da? Weiß ich nicht. Hey, hier hast du noch voll viel Nether-Stone. Ja, dann check mal ab, bring mal mit. Okay. Ich bin kurz weg. Hey, da war ja Musik. Oh, wir haben noch voll viel Zäune alles. Brauchen wir eine Tür? Blöde. Brauchen wir so einen komischen Schalter? Nö. Was machst du denn schon wieder so lange da unten? Ja, hier gibt's so viel Zeugs, was du mich genommen hast. Schau mal her, ey. Ich brauch nur den Nether, gib mal das Zeugs her. Ja, hier und Zaun. 38. Ah, 43 wird knapp. Und hier ist noch voll viel Stein. Wir können sogar Zuschauer-Dinger bauen. Nein, 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 nein. So krass bauen wir das jetzt nicht. Doch. Denn schon, denn schon. Nein, nein, leider nicht. Okay, dann nicht. Dann tue ich, nehmen wir hier jetzt Holzformen. Ja, genau. Was ist los? Nichts. Scheiße, wir haben zu wenig von dem Nether Zeugs. Hast du Scheiße gebaut? Nein. Bestimmt, 100%, sonst würdest du doch nicht so gehässig lachen. Ja, ich tue gerade den ganzen Baum kaputt machen, schau doch. Ich glaub dir nicht. Doch, schau selber. Das tut mir leid. Scheiße. Jo, war das ein Creeper oder was? Ne, das ist kein Creeper. Oh, für die Welt. Ey, können wir vielleicht, ähm... Scheiße, ich hab zu wenig von dem Nether Zeugs mitgenommen. Dann nehmt ihr da mit. Mit was machst du das kaputt, dieses Holz? Ich schwör mit meiner, ähm, Hand. So ein Lügner. Nein. Guck doch selber. Ich mach mit der Hand alles kaputt. Ich kann Karate Schläge. Weiß schon. So, dann geh. Oh, du hast keine Holzstäbe. Wie peinlich ist das so? Oh Mann, ich lass jetzt mal auf damit. Wer ist denn bei dir? Ja, wir haben einen Freund, wer sonst? Also, 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 Kumpel. Hallo. Ach so, ich hab zu meinem Freund. Es ist dein Freund. Es ist dein Freund. Hallo, Freund. Hallo. Die redet jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie eingeschnappt. Moment. Ey, da läuft ne Kuh rum bei unserer Adena, Alter. Oh, guck mal, er hat Chips mitgebracht. Oh, bester Bruder, bester Bruderin. Ey, ich schwör. Habt ihr schon die Treppen fertig gemacht? Wir brauchen ungefähr sechs Treppen oder acht am besten. Ja, ach Alter, ich bin grad am Holz bauen, am Abfahren. Wir brauchen grad nicht so viel. Ja, ich bin trotzdem grad am Holz abfahren. Ich bin grad hier im Wald. Ich hab noch nicht meine Spitzhacke. Äh, hier, Axt. Und ich hab ne Diamant-Axt. Ich glaub, ähm... Boah, du bist so verschwenderisch. Du bist so verschwenderisch.